Willkommen zu BoomStreet. Ich hab gar nicht auf 2 gedrückt. Let's go! Hast du auf 2 gedrückt? Ich hab 2 gedrückt, ja. Ich dachte, das Spiel ist verheckt. Ich hab 99, Alter. Ich sag gar nicht. Jetzt kommt das Klassische, dass nur ein bisschen Aufnahme checken, Bro. Und der hat wieder die Schreie gedrückt. Naja. Musik ist so, ob die Welt untergeht. Vielleicht tut sie das ja auch. Ja, das sieht auf jeden Fall so aus. Du bist aber letzter, jetzt müssen wir das lange. Oh nein. Scheiße. Oh, ich jetzt wirklich hasse diese fucking Würfel da. Oh, das ist langsam. Okay, nur noch ein Zug. Ja, halt. Mein PC ist einfach zu schwach mittlerweile für BoomStreet. Wenn ich alleine spiele, ne? Das sind immer 60 Frames. Hier ist es wieder 35. Jetzt denke ich, die Musik ist auch so. Aber, ja. 7.000 Programme, die hier, ne? Ich spiele auf dem Wien natürlich, ist ja klar, aber. Ja. Soll ich es heute verwirrt haben. Oh Gott. Das sind alles auch direkt. Okay. Also, es geht hier runter und rechts halt auch. Und ansonsten... ...und 200... Ja, guck mal, Ränder durch die Mitte. Ja, guck mal, Ränder durch die Mitte. Ja, guck mal, Ränder durch die Mitte. Ja, cool, ist direkt. Also, wie Suits... Hier sind drei. Und hier ist der vierte. Und links und rechts sind randoms. Und dann geht's ja ziemlich schnell. Wir müssen 20.000. Ja, das ist erstmal gucken, ne? Ja, ich kann hier unten... ...kaufen. Oh, jetzt kommt es auf Sexy Springs. Stabil. Wow. Das war eher mehr harm als... Mh, ne. Der Wert steigt ja auf. Ja, mag sein, aber... ...heißt, es wegzukaufen für den fünffachen Wert... ...wird auch schwieriger. Ja, stimmt. Und wenn sie es tut, kriegst du mehr Geld. Hm. Ich habe Ökonomie gefolgt in der Schule. Oh, ey. Alter, also wir haben ja wirklich... Also, ich hab noch mehr Lack, ne? Ich bin hier ganz gewohnt, Lack zu haben. Ist das Ding. Ähm. Ne, ne, äh. Ne, du. Ja gut, hier mal rechts. Ja? Wo will ich denn hin? Aber das Sailfeld lohnt sich glaube ich nicht. In der Mitte. Ist das das einzige Sailfeld? Ja. Ja. Halt wirklich. Na gut, dann, äh. Dass sich das allerklasse gefällt. Aber ich nehme es einfach mal direkt. Das nochmal werfen. Boah. das ist wirklich klein ich habe ich finde das jetzt viel besser mit dass man aktien noch mal kaufen können ja dann kann man so hochgehen das ist gar nicht so dumm aber gucken muss ja allerdings einmal rechts entlang gehen wenn ich die mitte kannst du dann wieder hoch also gehe ich dann nach oben oder unten runter also normalerweise wenn wir jetzt einfach runter geht gut kommt jetzt ich kann schon wieder nichts kaufen was will das ist aber neun mal die sieben er würde nicht zu den seiten muss ich glaube schon dass er durch die mitte gehen wieder hoch was alles nutzte alter ich dachte jetzt kommt jetzt schon scheiße ich hab mir volle nachteile einfach die festgelegt sind so die bestimmten ganz bestimmte kombinationen von neuem immer dasselbe pool ist aus dem gezogen wird oder ob wirklich alle neun werden ich glaube nicht ich glaube dass es echt alle neun so immer zusammen vorprogrammiert sind versteht euch mal so geht die welt wieder runter keine ahnung du kannst ja auch sehen oben ne ja also du musst auf die vp jetzt schauen wir die normalen Fernseherung auf 13 ähm eine 7 alter aber dann kann ich hier nach ich kann nicht nach rechts hä wofür dienen diese felder muss man sich dahin porten hä das war ja wie dumm oder vielleicht nur wenn man von unten nach oben geht oder so ich komme auf jeden fall auf 1 dieser felder nach rechts dann fahre ich schon das ist um hier extra zweiten laden zu kaufen ich meine du hast trotzdem denn ja ich bin natürlich eingelacht ne nee dann du hast dann schon gehst du ne ja egal aber ganz ehrlich dann kaufe ich mir endlich mal wieder einen laden sie können tatsächlich nur nett werden wo es sich sehr lohnt einfach durch zu rutschen weil sie so klein ist der kommt immer früh bei uns ne ja das ja nicht lohnt ja ein blicker block bringt er bringt er weniger was ne halt kaum ne heißt dann wollen jetzt keine 50 mehr sondern 10 ne aber das Ja, das ist OP. Das war ja nur 5, glaube ich, im Wintersfall. Ich meine, das ist also ein Ding aus dem Rotten. Also, ich finde, der Typ hat schon gute Arbeit geleistet, was das Überarbeiten der Minigames angeht. Ja, das stimmt. Nur, dass er seine eigenen Charaktere und so hineingedrückt hat. Deswegen, ja. Weil, da stand doch am Anfang, hier ist ja mal diesen Credits Bild schon. Da steht dann, die da, das gehört mir. Ja, okay. Ich wollte heute ein Gunsfield spielen. Nee, nicht. Der hat aber auch die Bilder verändert. Ein bisschen. Das ist so nice. Das ist halt gut für sie, weil sie braucht nur noch blauen. Das ist halt, was man nicht im Kreis trinkt hat. Kann man es jetzt nicht? Also, ich sehe es dann gleich. Ich glaube aber nicht, dass man im Kreis gehen kann, ehrlich gesagt. Ich glaube es auch nicht. Oh, werden wir es jetzt sehen? Ja, also, ich kann auf jeden Fall runtergehen. Was ich auch einfach tun werde. Also, du kannst nach rechts, okay. Das ist jetzt auch runter. Du musst dann runter, wenn du da nennst. Ach so, das ist echt eine Verbindung. Wenn du da nennst. Okay. Äh. Ne, du brauchst drüben. Ne, du brauchst drüben. Ich glaub, es wäre schlauer, wenn ihr mal so hoch. Ja, genau. Du hast gerade echt einen schlechten Weg. Du kannst eigentlich nichts Gutes machen. Ne, ich sag's ja, ich geh jetzt so. Dann geh ich durchs Tor und dann geh ich so. Mann, das ist echt ein Kackeweg. Ich hätte... Naja. Ja, es ist einfach nach rechts gehen können und jetzt hoch. Ob das ja zwei Läden ist oder so. Es sind aber zwei Straßen, oder? Ne, eine Straße. Ich dachte, wenn du gleich draufkommst, yo. Du hast eigentlich dafür gesorgt, dass ich es nicht kaufen konnte. Krass. Er will auch einfach nicht gehen. Ja. Du musst auch nicht fangen. Ah, da kommt gut voran hier. Was? In drei Straßen wird es um 10% hin. Okay. Das ist gar nicht gelesen. Ich weiß ja auch nicht. Der kann echt nicht mehr mit. Ja, wir haben ja damals... Ich hab aber Windows ja mal neu studiert. Vorher hatten wir das hier ja... Ähm... Mehr gegeben. Diese Application. Ich hab aber nicht immer versucht, wie man es wollte. Aber... Ach ja. Ja, noch... Mann, du hast dir jetzt 20% gegeben, was? Mehr. Weil wenn du... Es ist schon 10% gestiegen und dann steigt es wieder mit 10%. Ach ja, schön. Ja, klar. 21% gestiegen. Alles für eine wunderschöne Sixtine. Kann ich mir bei Jessica nur gut verschwischen. Ich hör schon auf. Ich hör schon auf. Gib einfach Geld. Habe ich meinen Laden, den du da gekauft hast. Arsch. Ach, die Straße ist schon mal unnütz. Und die Level Up. Mit Peach gleich auch. Ist aber wenig. Ja, das geht. Er geht. Endlich. Oder Schlaf rein. Ja, die wirklich. Ja, die wirklich. Oder die. Und die Finger aufhören. Ah, genau. Oh, no. Oh, Gott. Die kommen wir nie wieder weg. Okay, das sind echt nur 10 Coins. Ja, geil. Game Changer. Was ist das so langsam hier? Ja. Also, alle Geschwindigkeit fast wie in den Film. Ja, das kommt. Ich glaube, wir müssen vielleicht doch mal mehr Power zuweisen gleich. Kann ich direkt machen. Das ist ziemlich grabenvoll. In der Tat. Ja. Ja.